Regen und Kälte, ade. Am Wochenende ist in Deutschland Badewetter angesagt. Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni bringt das hoch Pia strahlenden Sonnenschein und schweißtreibende Temperaturen. Am Sonntag werden sogar Spitzenwerte von bis zu 32 Grad Celsius erwartet. Laut Wetterdienst war der Mai 2019 im Durchschnitt zu kühl. Es gab Bodenfröste, Schneefälle bis ins Flachland und vor allem in Süddeutschland heftige Niederschläge. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Der Mai war wirklich ein kühler Monat. Es war sogar der erste zu kühle Monat seit 13 Monaten, seit April 2018. Wir hatten 13 Monate am Stück zu warme Monate erlebt und das war ein Rekord, das wir noch nie hatten seit 1981. Also wir sind im Mai mal so ein bisschen wieder in die Realität zurückgekommen. Die kommende Woche könnte einige Turbulenzen bringen. Zusätzlich zur Sommerhitze nahen von Westeuropa her feuchte Luftmassen heran. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Gewittern, die zum Teil heftig ausfallen können.